Gut. Los. Play. Vielleicht fällt es euch ja gar nicht auf. Aber immerhin war was Neues. So. Ich hätte es vielleicht gar nicht erwähnt, so. Gut. Ähm, große Raum, Rüstung, die will ich natürlich sofort haben, also am besten... Nein! Wieso? Ich habe irgendwas gehört. Hört sich schon wieder nach irgendeinem blöden Monstern, was sag ich, das Mikrofon verschickt. Ja, ich glaube schon. Ja, wenn ihr mich nicht hört, dann ignoriert mich einfach und ich will jetzt aber trotzdem... So kann ich da nicht drauf landen. Ich will da schon drauf landen, denn da gibt es eine Rüstung. So kann ich die einfach direkt kriegen? Ne, geht nicht. Wo ist denn da jetzt was? Ich sehe gar nichts. Hat irgendwas gehört? Und anders komme ich ja gar nicht mehr hoch. Ne? Kommt der jetzt her? Was bist du denn? Egal. Ignorieren wir den. Ähm. Sind das menschliche Knochen? Nicht im Ernst. Ähh. Jetzt schon wieder schlecht. Aber das Spiel ist weit vorbei. Es dürften nicht mehr viele Folgen, nicht mehr viele Missionen. Komm, vielleicht geht es so? Nein, ich werde immer irgendwie abgebremst durch so ein verficktes Stopp-Ding. Ist das Lied auch schon wieder vorbei oder was? Aber es will nicht zu Ende gehen. Das mag ich halt die Lieder nicht. Man hört überhaupt nichts. Komm, wir machen jetzt aber Next. So. Ah, ist die Musik. Ja, fickt euch einfach. So. Ne, es geht nicht. Ich werde da weggedrängt. Es geht nicht. Ich will es aber kriegen, Mensch. Die kommen da erst raus, wenn ich runterspringe, ne? Stimmt das? Aber ich habe auch keinen Fallschirm oder so. Das erklärt... Ja, das erklärt nämlich jetzt alles. Die kommen erst raus, wenn ich... Ne, oder? Ich erzähle gerade Bullshit, aber... Es ergebe eigentlich Sinn. Ja, komm. Hier, Alter. Dankeschön. Da muss ich darauf halt verzichten. Ist das nicht ein Schalter? Da kommt noch einer, da kommt noch einer. Indie-Phrase. Nun gut. Die Musik passt doch irgendwie viel besser, ne? Ich weiß schon, wer wieder rumschreien wird. Wieso... Ey, was sollen diese ganzen... Ey, ich verarsche mich doch hier. Kann ich da vielleicht draufschießen? Tada! Wer hätte denn darauf kommen können? Ich natürlich. Hä? Was? Ah, okay. Secret Area. Ich geh das auch nochmal. Ich hätte gern diese Rüstung... Na gut, was... Ach, da ist auch noch was frei, aber das kann ich nicht einsammeln. Das geht dann zur Seite. Wenn ich dann draufschwungen kann, kann ich da nicht draufschwungen, ne? Aber ich komme gar nicht erst drauf. Ich probier's nochmal. Ne, es geht auf diese Seite. Ich krieg mir überhaupt nichts. Ich glaub, meine Chance ist vertan. Nein, von da oben. Da komm ich noch irgendwie. Da ist ein Fahrstuhl. Hüpp. Irgendwann komm ich da bestimmt noch hoch. Wieso geht eigentlich schon mein Health runter? Das ist doch Betrug schon wieder. Alles Betrug. Das ganze Spiel. Wir ziehen ein und das gelten nur so aus der Tasche. Wir müssen nur um ein paar Monate zu killen. Die sie nicht selber killen können. Hä? 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 Was? Gib mir das! Hä? War ich da schon? Nein. Ich werde nämlich was knurren. Und wo es knurrt, geht's weiter. Ah, haben wir das mal wieder. Wieder in so Gesicht. Das war viel zu viel. 28. Das ist nicht akzeptabel. Ähm, der war hier, ne? Toll. Dass die Kettensäge immer stecken würde. Ich hätte mir sogar noch mehr abgenommen. Ich glaub es ja nicht. Äh. So, wie wär's jetzt mit bisschen mehr Skill? Da sterben sie alle auch mal. Lass mich doch mal in Ruhe, du... Äh. Das Spiel macht immer so aggressiv. Und das ist auch der Grund, warum... ...da ein Schlüssel ist. Ah! Ein Schlüssel. Wir brauchen diesen Schlüssel. Auf jeden Fall eine Rüstung. Wie so immer ins Gesicht. Das tut doch weh. Okay. Ihr seht mich nicht hier vorne. Sehr schön. Ich glaub das lief optimal. Um nicht zu sagen optimal. Hier, der hat den da reingeworfen. Um die Ecke. Ne, da ist ein rüberweg. Ja. Lass mich in Ruhe. Scheiße, ich bin jetzt zu weit weg. Ach, was denn der wieder? Siehst du diese Viecher? Oh, das ist nicht nett. Das waren mal Endgegner. Was suchen wir jetzt hier? Das geht mir schon wieder. Ist doch alles wieder scheiße. Alles scheiße. Ich kann's ja sowieso nicht abwenden. Das folgt mir ja. Ich glaub ich muss da näher ran. Sonst stirbt das Ding nie. Das ist ne fiese Stelle, muss ich schon sagen. Ich glaub da komm ich... ...da die wir hin. Oder ich lass's einfach ganz raus, das könnte ich durchfahren. Oh! Und? Wut! Was ist das wieder für ne Verarsche? Das hat die Obnis gebracht. Das war nicht nur ne Secret Area. Hilfe. Wo ist es denn? Da ist es. Brauch ich aber gar nicht. So. Hm. Wo geht's hier eigentlich ne Schweite? Ich muss leider... ...kommen rein. Ist das wieder dasselbe? Was ist das denn? Ich komm da ja gar nicht weiter. Oh, was sucht der denn dann? Was bist du denn? Was bist du denn? Das war unfair. Da hat mich das Geschoss von diesen Dingen da getroffen. Also verfolgt und... Ist gar nicht schön. Ich hab keine Waffen. Was ist das Problem hier? Glaube ich tue erstmal den da umbringen. Ich glaub das kann lange dauern wenn ich das so mache. Ich brauch irgendwie ne Abwehr... ...Taktik... ...wegen diese... ...pongischen Viecher mit ihren Geschossen, die einem zu folgen. Wer in diesem Detail viel ist... ...da kann man ja gar nichts gegen tun. Und das geht einfach nicht. Also ein Spiel muss schon irgendwie zu schaffen sein. Also... ...jetzt mal weg. Lali la lila. Ahaha. Ich bring sie einfach mal alle um. Ich glaub das kann nie schaden. Dann kann ich mir nämlich die Rüstung nicht klappen. Damit... Ah genau, da hab ich eine Lösung gefunden. Mit der Rüstung spring ich ihm in die Füße. Dann erwirg ich's einfach mal. Auf gute altmodische Art und weiß. So wie es echte mir in der Füße gemacht haben. So wie es echte mir in der Füße gemacht haben. Ich hab noch keine Shotguns da. So. So. Der ist tot. Der wirft nie wieder nach mir was. Nach mir was. Was nach mir. Hervorisch. So. Du. Ich kann den... Geil. Ich kann den doch austricksen. Ah. Klipp die Mann. Küsst die Mann. Triff sie nicht. Triff sie nicht. Das ist ja leicht. Also darf ich mich echt nicht kümmern. Steht auch gut. Man darf nicht äh... Ausverachtelassen. Dass davor die beiden Typen da am Leben waren. Ohne geht das natürlich ganz easy. Jetzt würde ich aber gerne oben bleiben. Oben bleiben. Ich komm mal nicht mehr hoch. Hä? Wieso komm ich schon nicht... Was? Ich versteh wieder nichts. Irgendwann konnte ich das noch einsammeln jetzt. Aber ich will das nicht. Also jetzt gerade nicht. Ja, das... Spiel hatten wir schon. Scheissiger. Ich will mich da dran hangeln. Tomb Raider. Da ging das auch. Wenn es Tomb Raider kommt, dann ist Quake auch. Da bin ich nicht mehr überzeugt. Wie soll ich denn da an die Ränder kommen? Ist das der Bug wieder da? Sehr leicht. Wieso hab ich noch eine Angst kaputt gehen? Die können ja gar nichts. Achso, deswegen. Okay. Ich muss da wohl näher ran. Stücke. Habe ich nicht andere Waffen noch? Nein. Das hier hätte ich noch. Aber ne. Kann ich noch weniger machen. Gibt er nicht. Mann, Mann, Mann. Ich bin fast tot. Aber auch nur fast. Echte Helden sterben. Nee. Sie sterben immer noch fast. Also wieder so ein Kacktele. Ich weiß schon, wo der mich hinführt. Deswegen. Nee. Einfach mal nie. Irgendwie ist das Level sehr kurz. Ich glaube, da geht es mir um Rätsel lösen, als um Gegner besiegen. Weil es hier wieder so wenig gibt. Ja. Wie der vier Schüsse brauchte und er war vor nur zwei. Weil ich wieder voll scheiße geschossen hab. Ja. Das haben wir halt jetzt so gesehen. Ich guck mich einfach mal um. Ah ja. Du schon wieder. Aber wer? Tot ist es. Ich aber. Naja. Das hat ja nicht so ganz hingehauen. Ich will jetzt doch mal gucken. Ob mir das irgendwas bringt. Das bringt mir nen Scheiß. Nämlich bringt das. Was soll der Dreck? Ja, ja. Dieses Lied. Was? Hör ich da was? Fast forward. Uh. Geiles Lied. Sooo. Das hat nun mal nischt, ne? Pfff. Da geht's hoch. Ah. Ich will ja wissen, wer das vertont hat. Ich will ja wissen, wer das vertont hat. Ich will ja wissen, wer das vertont hat. Ich will ja irgendein Japaner. Das war ne normale Shotgun irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwas Geiles. Äh? Nö. What is dead? Hatten wir das schon mal? Glaube eigentlich nicht, aber könnte auch schon sein. Ich hab immer so die Pausen zwischen den einzelnen Episoden. Deswegen weiß ich auch nie was. Und ich komm da auch gar nicht erst hin. Dann erübrigt sich die Frage ja eigentlich, ne? Ah, lila. 14 von 43. Ups. Oh, das... Ja, okay. Das war jetzt überraschend. Das muss ich direkt mal speichern. Und dann guck ich mir dann an, ob sie fürchtet wird sowas auf Zeit. Oh, 6. Ach ja, genau. Ich erinnere mich, glaube ich. Jetzt bin ich nämlich voll, ähm... Ja, genau. Voll der Rambo. Muss ich eigentlich auslusten. Oho, mach wieder nix aus. Ich guck mir nicht hin. Da ist was. Ich seh's ganz gut. Ach, jetzt kenn ich das auch. Stört mich mal. Ja, aber gar nicht. Ah ja. Okay, aber das ist nur so... ...Sequets, die keine sind und so. Das war erziellich. Ja, genau. Ich hätte das für den benutzen sollen. Ich weiß schon. Dann eigentlich... Ja komm, das sollte eigentlich reichen. Ja, okay. Fick dich. Das geht schon so. Ich lass mich durch. Der Drecksdeckel. Ihr wollt mich nur noch aufhalten. So. Aber das andere... Ne, das ist auch gefliegen. Aber das scheint uns jetzt... ...mehr Priorität zu hören. Gegen die Smart-Auswahl. Da fett's weg. Da fett's weg. Da fett's weg. Ba-bam. Mal kurz zwischenspeichern. Ich glaub, da hätten wir noch viel mehr rausholen können. Aber es ist eigentlich ganz so schwierig. Da fett's weg. Hüpf! Komm ich nicht rein. Aber gleich. Moment, das brauch ich. So. Inzwischen weiß ich ja, das ist Health's Energie gewesen. Also... Ganz so unwissig wäre ich halt doch nicht. Also da ist halt so ein rotes Kreuz drauf. Deswegen nehm ich an. Ja. Das ist natürlich nur gespielt jetzt. Oder nee. Mega Health! Mega Health ist mega... Krass. Zack! Eintipp! Wunder, um da zu fallen, bitte. Erzähl mir, was du willst. Wenn er grad im Aufstand ist, dann kann man dich erwischen. Ach, Secret Air, ja. Und so ist das also. Hier war ich aber schon mal. Nichts Secret. Ja, das war dieser kleine Käfig. Und das ist gleich ein Secret. Also... Ein Arsch, ey. So. So. So, Health ist immer noch. Dann kannst du keinen Stahl schießen und dann kannst du da ran springen. Das hab ich mir doch gedacht. Ist doch gar nicht so cool. Ähm. Aha. Aha. Uäh. Ist das Schwule oder was? Was gibt der eigentlich? Langsam müsste man irgendwo besterben. Ich hab's mit dem Schein geschnitten. 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 Hall recommend es mit dem Schein. Wirlen trong Nach 39s. Das ist klar.